ja und herzlich willkommen zurück zu deponia wir haben einen betäubten Papagei wir haben hier eine Mühle ja was kann man machen ja mein vorhang fehlt nur noch eine Zutat der Papagei ok dann muss ich ihn wohl wecken wie wecke ich den am besten oh mein man ich rufe es zu kennen bis ich irgendwie warte um das er wüsste damit nicht er weiß er nicht ist der Satie immer dasselbe ja Junge Junge den hat es aber oh Junge Junge den hat es aber echt mal amtlich ausgenockt ok um die Gasse kann man jetzt nicht gehen ja ich hab's verstanden mit dem Postamt Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung von Besitzeigentum noch nie verstanden und dabei geht sie nur in eine Richtung Gizmo hat und dabei konzentriert sie kann dir immer noch bei deinen Experimenten ok ok was mach ich jetzt mit dem Papagei ich muss da irgendwie aufwecken richtig ich quäle und im ich quäle und ich quäle und ich quäle und und im Gegenzug wenn man den Trick kennt ja irgendwas was krach macht irgendwas was krach macht irgendwas was krach macht irgendwas was krach macht Andererseits Mann, Rufus! Lass dir was einfallen! Nicht nötig, die ist bereits verstopft. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Also hier habe ich nicht die Möglichkeit. Da oben, ich probier's mal wieder in der Gasse. Bäh! Bäh! Ja, wie wir's überhaupt wach kriegen. Hier sehen werde ich weiterhin nur die ganze Zeit rumlaufen. Bis zum Vogel, jetzt mega sehr ernsthaft, Rufus. Dass sich da eine Szene nur aufgegangen hat, damit ich weiterkomme. Und so wird's auch in den nächsten Folgen vielleicht auftauchen. Dass ich vielleicht einfach ne Zeit überspringe, wenn ich nur die ganze Zeit planlos rumlaufe. Das heißt... Timelandsamt! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020